Die Bike AG ist als Hersteller von Cargo-Bikes und Fahrrad-Rikschas wichtiger Bestandteil der Verkehrswende im Bereich der Mikromobilität. Durch die Zunahme von Online-Shopping nimmt der Lieferverkehr zu. Lebensmittelmärkte oder der örtliche Handel beispielsweise suchen nach Alternativen zu den Kastenwägen mit Verbrennermotor. Hier kommen die umweltfreundlichen Lastenbikes der Bike AG zum Einsatz. Unsere Cargo-Bikes werden hauptsächlich in der Kurier-Express- und Paketbranche genutzt und kommen dabei bis zu sechs Tage pro Woche zum Einsatz. Die Teile der Cargo-Bikes werden dabei extrem belastet. Und das stellt uns als Hersteller vor große Herausforderungen in der technischen Entwicklung und Konstruktion der Fahrzeuge. Unsere Ingenieure haben in Zusammenarbeit mit den Kupplungsfachleuten von R&W-Kupplungen unsere Situation analysiert und besprochen. Und innerhalb kürzester Zeit wurde gemeinsam eine Lösung entwickelt. Und schon ein paar Tage später war dann die erste Kupplung für den Musteraufbau hier bei uns. Wir haben für das Antriebskonzept der Cargo-Bikes zusammen mit den Ingenieuren der Bike AG eine Sonder-Elastomer-Kupplung in Verbindung mit einer optimalen Passung zur Achsverbindung entwickelt. Durch die passgenauen Geometrien von Elastomerkranz und Nabe ist die Kupplung spielfrei, wartungsfrei und lebensdauerfest. Gleichzeitig ist die Kupplung leicht steckbar, was die Montage vereinfacht. Die Haupteigenschaften der Kupplung passen zu den Anforderungen der Applikation. Die Elastomer-Kupplung dämpft Stöße und kann axiale, radiale und angulare Versätze bei der Verbindung von Motor und Achse präzise ausgleichen. Im täglichen Betrieb fördern die Eigenschaften der Kupplung die Lebensdauererhaltung des Antriebsstätten. Für uns hat sich die Entscheidung für Elastomer-Kupplungen von R&W mehr als bewährt. Wir haben nun auch das Konzept auf unser zweites Modell, das Velotaxi, übertragen und integriert, weil es insgesamt sehr robust und gleichzeitig modular ist. Weitere Informationen zu den Elastomer-Kupplungen oder anderen Verbindungselementen finden Sie auf der R&W Webseite oder in den persönlichen Beratungen mit unserem Sales. Informationen zu Bike.ag finden Sie unter www.bike.ag 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 www.bike.ag